Ich begrüße euch herzlich zu Dead Space, wir sind hier noch an dem gleichen Punkt, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Wir rennen jetzt wieder zurück zum Ort des Geschehens. Die ist hier unten. Hier, da, genau. Kein Dämmer. Kleine Hände, kack, ey, da hat mich eigentlich ein bisschen genervt. So, Digga, wo bist du denn? Hallo. Hi, der guckt. Hi, der ist weg. Komm her. Rudersteckchen. Ich weiß nicht, ob du dich so teleportieren kannst oder so. So drei davon sind keine sehr gute Wahl. Ops. 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 Noch einer? Was willst du denn jetzt hier? Wenn man dich hat, geil... Oh, fuck. Ich hab ihn noch erwischt. Au. Das muss weh, du. Hab ich ihn mal eben, äh... Das ist alles so ein bisschen leichter gemacht, ne? Ja, das... Ja, ich könnte mir meine Stase mal verbessern. Das wurde mir auch öfters mal gesagt, aber irgendwie... Ich weiß ja, dass ich nicht grad so der... Wie viel noch von euch? Wie viele Necromorphen... Necromorphen... Mixe kommt eigentlich noch. Können wir es nicht einfach beenden? Nein, das geht natürlich nicht. Yeah, noch mehr Kohle. Geil, ey. Gib mir Impulsmunition. Das ist das Einzige, was ich brauche. Na gut, ich schieße ja auch wie so ein Geisteskranker mit dem Zeug um mich rum. Das kann man ja jetzt mal nicht abstreiten. Also ich bin ja nicht gerade einer, der mit der Munition zimperlich umgeht. Und aufpasst. Also bin ich halt. Bin ja so ein krasser Typ, ey, der alles kaputt bombt. Oh, wir können weiter. Was ist denn jetzt hier los? Irgendwas hängt doch hier an den Decken. Äh. Wo ist das denn? Wo hängt er denn? Oder ist es das Ding da am Boden? Ich schließe das einfach drauf. Nein, ist es nicht. Da. So. Ah, no. Ah, hier können wir abspeichern. Speichern ist immer gut. So. Na, es ging auch schön, schön. Ja. Ekelhafte. Oh. Was ist das? Ich kann es in meinem Kopf spüren. Wir kommen näher aus. Der Marker weiß, dass du hier bist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn die Zeit reif ist, willst du es nicht. Äh, äh, kluge Sprüche abgeben. Das kann es auf einmal. Mich erst die ganze Zeit nerven, wie so eine kranke, äh, so ein... Äh, 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 aufschlitzen. Und jetzt auf einmal so, äh, ich geb einen guten Spruch ab. Bin ich dann super? So, hier sind wieder Babys am Start. Da werde ich aber durchgedreht. Da sind Babys am Start. Ah, und ich weiß auch, was die machen sollen. Die sollen dich einfach nur nerven, diese kleinen Wichsviecher. Du störst mal nirgends wo mehr. Kann ich da irgendwas verlangsamen? Was passiert denn? Mist, scheinbar muss ich diese Laser umgehen, damit ich auf die andere Seite. Das wird ja ein Spaß. Weg, weg, weg. Ich muss mich anders stellen. Das da. So, Babybrei. Wie mach ich das? Kann ich den irgendwie... Ich kann den nicht verlangsamen. Ich muss weiter... Rennen, rennen, rennen. Rein da! What the fuck? Schieß doch! Er ballert nicht. Nicht schlagen! Lade nach, lade nach! Ist nicht wahr. Olle Scheiße! Olle Wichsviecher! Dreckspiel! Zum Kotzen hier! Schön, ey. Wie der alles verballert. Nur weil man irgendwo nur in kleinen Momenten nicht aufpassen kann. Und wieder total... Mann! Mir reicht das echt langsam. Die ganze Zeit, ey. Wie ist das hier nur so gefordert, ey. Das wird immer halt ballern, ballern, ballern. Lassen wir doch mal ein paar ruhige Momente. Ohne Wichse hier. Das war ganz knapp. hmmm, hmmm, hmmm... Hmm... 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 Tut mir leid. Das ist echt Das ist echt, ey Mann, ey, ich kriege da Kopfschmerzen Bei so einer Huren, scheiße, ey Hör, mich riecht doch was auf Nein, zurück Jetzt Ich war doch schon da drin Fick dich einfach, Spiel, weißt du das? Fick dich Soll ich die verlangsamen, oder was? Kann ich machen, aber ich hab nicht unendlich Start, scheiße Ach, hier muss ich dann starten? Dann weiß ich jedenfalls, was abgeht Zum Kotzen, ey Fickt euch einfach, ihr Necromorphenschweine, ja? Hm Nee, Kinder Oh, musst du wirklich, Isaac? Ich dachte, du musst ihn untersuchen Vielleicht hab ich das auch nur immer mit Glück geschafft Wie soll ich das denn machen? Ja, so Oh, Kinder, hä? Krieg ich hier nochmal Stase-Zeug oder so? Das funktioniert nicht Na toll, daneben geschossen Wie soll ich das denn machen? Muss ich jetzt wieder im Internet nachgucken, oder was? Vielleicht war ich einfach nur zu langsam Ich bin nur dagegen Ich bin nur dagegen Ge- Gag Nö Nimm ich nicht mit auf Nö Wir sehen uns, wenn wir auf der anderen Seite sind Und wenn ich weiß, wie das geht Ich hab da keinen Bock drauf Dreckiges Wig-Spiel Okay, es geht weiter Tut mir leid, aber Kann man nicht mit Stase auffallen Ich hab nachgelesen Wieder keine Impuls-Munition Ist ja wieder klar Nein, ich krieg ja auch nur 30.000 Gold immer Hier, Geld, ey Und Shit Credits Aber nein, ey Shops sind natürlich Die ganze Rase gesät, hier Scheiße, hier, ey Ah, Mann, ey System-Afflein aber richtig so, ey Kappes hier Was passiert denn jetzt? Ah, ich hoffe, nichts Schlimmes Ich hab nämlich nicht mehr genug Munition Um mir eine Kacke hier zu machen Ah, fuck, ey, Alter Ich bin echt ein bisschen geschlaucht Kapitel 13 war doch länger, als ich gedacht hab Vielleicht dauern die anderen Kapitel 13 nicht so Ja, hier hab ich ihn ganz schön von der Sucker angerichtet Gar nicht gut Mein Impuls-Gewehr ballert doch ganz schön um sich Da bin ich doch selber ein wenig überrascht Ich hab aber noch Medipacks Ja, komm Wie kann ich da jetzt weg? Wo muss ich überhaupt hin? Hä? Doch, da hoch Will ich mich irgendwie verarschen, die Schweine? Da war doch nix Wann bin ich jetzt blind? Dann, äh, echt Ah Was für ein Brückenteil? Da ist eine Brücke, ey Woher kommt der noch so'n Scheiß? Meine Fresse Jaja, du bist ein ganz krasser Super-Super-Marker, ey Wie kommen die auf die verfickte Idee, Marker zu bauen? Wo ist der Sinn denn dahinter? Da will überall Nekromorfen rumlaufen, oder was? Wollen die die irgendwie integrieren in die Gesellschaft? Was wollen die machen? Ich hab keine Ahnung Da, kann ich da vielleicht noch rein? Nein, natürlich nicht Oh, ey Ja, äh, äh, äh Ist okay? Hier kann ich speichern, Leute Der Shop ist kaputt, oder was? Er rastig aus Kann ich mal bei so'n Polizeischild gehen, ey Will der mich verarschen, der Bastard? So, ich mach jetzt Schluss Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Ich bin echt gerade ein bisschen Echt ein bisschen geschlaucht Durch den Kackes, ey Also, bis dann Und dann